Rose Fröhlich, echter Patientenfall, Ernährung und Schlafen, was hat das miteinander zu tun? Ihr Lieben, ich bin die Rose Fröhlich, Diätassistente mit Kassenzulassung und eigener Praxis und ich hatte ja eine Patientin in der Beratung, die die Fragestellung hatte, ob ihr das Aufwachen in der Nacht, das Nicht-Durchschlafen, ob das ein Thema ist, was man auch mit der Ernährung ändern kann. Ihr Lieben, schreibt mir mal in die Kommentare, was würdet ihr sagen, hat Schlafen mit Tagsüberessen irgendwas damit zu tun? Ja, ich freue mich auf euch, ihr denkt dran, ihr Leben plus weg. Ja, wollen wir mal reingucken, was da passiert. Also, es hat tatsächlich was miteinander zu tun und zwar, ich hatte ja so zwei rote Streifen in der Hand, das sind jetzt die sogenannte Blutbahn. Bei dieser Blutbahn sind ja keine Zuckerstücke zu sehen und hier können wir ja Zuckerstücke sehen. Das heißt, wenn wir Kohlenhydrate essen, landen die in der Blutbahn und die erhöhen den Blutzucker. Wenn ich jetzt allerdings lange nichts esse, dann ist die Situation so, dass ich keinen Zucker, beziehungsweise, man muss schon sagen, ein bisschen Zucker gibt es ja immer, das müsste also original dann so aussehen, ein bisschen Zucker haben wir dann in der Blutbahn, aber wir haben eine ganze lange Zeit keinen Nachschub, wenn wir sehr lange über den Tag verteilt nichts essen. Das heißt, sehr lange Diätphasen, sehr lange Phasen, also nüchtern Phasen zum Beispiel, führen dazu, dass das Gehirn an der Stelle, das Gehirn, dass das Gehirn wahrnimmt, dass hier kein Zucker kommt, also kein Nachschub kommt und dann ist es so, das habt ihr vielleicht bei mir, die die Vorträge oder die Videos schon kennen, Vorträge ist auch gut, ist ja wie ein Vortrag, wenn sozusagen die Blutbahn weniger Zucker enthält, das Gehirn das wahrnimmt, das Gehirn, dann ist es so, dass die Leber anfängt Zucker zu produzieren und dieser Zucker aus der Leber, das Luccagen, wird dann abgegeben an die Blutbahn und hier ist es so, wenn der Zuckeranteil dann ein bisschen erhöht wird, aber trotzdem lange Phasen sind, wo keine Energie nachkommt, dann kann es sein, dass man tatsächlich nach zwischen ein und zum Beispiel vier, fünf Uhr wach wird, nicht mehr weiterschlafen kann oder die Patienten berichten dann immer, ja, ich werde wach und kann hier wieder einschlafen, bin irgendwie durch den Wind, dann ist es so, dass das Gehirn, das über den Tag verteilt gemerkt hat, dass nicht genügend Energie nachkommt, dann reicht das nicht zum Durchschlafen, dann wird der Körper wach, das heißt, wir können nicht richtig einschlafen, wälzen uns im Bett und jetzt ist die Frage, was können wir denn dagegen tun? Ganz einfache Botschaft, Leute, Essen einbauen, weil wenn ich tagsüber ein bisschen moderat, zum Beispiel Vollkornbrot, Mehrkornbrot esse oder wenn ich zum Beispiel eine Spätmahlzeit einbaue, eine gesunde, kann ja auch Quark, Frischkäse, Joghurt sein, Käsewürfel, also eine Eiweißquelle zum Beispiel, zum Beispiel auch den Quark mit Obst zusammen. Es bietet sich immer an, gesunde Kohlenhydrate zu nehmen, weil die den Blutzucker immer langsamer ansteigen lassen. Und ich muss natürlich versuchen, die langen Nüchternphasen, die ich tagsüber habe, die müssen wir zusehen, dass die mit Essen gefüllt werden. Warum? Lange Nüchternphasen bedeutet für den Körper immer eine Diät und das ist am Ende nicht der Effekt, den wir immer haben, dass wir in die Gewichtsabnahme gehen, beziehungsweise für den Schlaf in der Nacht. Das heißt, ihr Leben, habt ihr zu lange Phasen, mehr als zwei, drei Stunden, wo ihr nichts gegessen habt, kann das eine Ursache sein, dass ihr in der Nacht nicht durchschlaft. Ich hatte heute wieder einen Patienten, der wirklich, und auch eine Patientin, sogar zwei verschiedene Menschen, die nichts miteinander zu tun hatten und die haben wirklich 6, 7, 8, 9 Stunden pro Tag nichts gegessen. Unheimlich viel gearbeitet, gelaufen, ganz viel Bewegung darin, sehr viel Gewicht zugenommen die letzten Jahre und das ist das große Problem auch immer, wenn wir lange nüchtern sind. Und wenn man dann nicht durchschlafen kann, dann liegt es daran, dass tagsüber nicht genug zu essen kommt. Also, das Gehirn und auch die Blutbahn sozusagen müssen ja mit Zucker versorgt werden und an der Stelle ihr Leben, Essen einbauen. Schaltet euch die anderen Videos an mit Eiweißreich, was ihr alles essen könnt, was ihr in der Box mitnehmen könnt. Ich glaube, da sind viele Tipps und Tricks bei, die ihr nutzen könnt. Und jetzt wisst ihr auch, also, das Essen hat was mit Nichtschlafen zu tun oder mit Durchschlafen. Es ist nämlich immer so, dass die Patienten, wenn sie ihre regelmäßigen Mahlzeiten einbauen, tatsächlich wieder besser schlafen und vor allen Dingen auch häufig durchschlafen. Also, an der Stelle, ja, Essen einbauen. Ich sage erstmal ganz lieben Dank und, ja, wenn ihr noch irgendwelche Wünsche habt, schreibt mir gerne in die Kommentare. Ganz liebe Grüße. Das ist ja viel Wahns Ping. Ganz liebe Grüße. Vielen Dank.